Heute stellen wir euch die 10 lustigsten Gesetze aus aller Welt vor. Hallo Leute, ich bin Caro und ich bin heute auch dabei. In den Vereinigten Staaten, genauer in Maryland, dürfen Löwen leider nicht mit ins Kino. Arme Tierchen. In Tennessee ist das Fangen von Fischen mit einem Lasso verboten. Warum? Ja, versucht schon, ne. Ich versteh's nicht. Auf Hawaii ist es verboten, sich Geldmünzen ins Ohr zu stecken. Was? In New Orleans ist es verboten, einen Alligator an einen Hydranten zu binden. Geil, kann man so richtig schön klauen? Auf den Straßen der Stadt Devon in Connecticut ist es verboten, nach Sonnenuntergang rückwärts zu laufen. Also war Michael Jackson im Prinzip Staatszeit Nummer 1. In Großbritannien ist es, Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln verboten, Schokolade zu essen. Jetzt krieg ich Hunger auf Schokolade. Mann. In Großbritannien ist es verboten, Hunden eine Grimasse zu ziehen. Das ist kein Hund. Das ist ein Hund. In Kalifornien ist es verboten, Kinder daran zu hindern, über Pfützen zu springen. Lasst die nie einen Spaß, ist doch alles gut. Muss man doch nicht gleich ein ganzes Gesetz draus machen. In den USA müssen die Verbrecher ihre Opfer mindestens 24 Stunden vor der Tat über die Natur des geplanten Verbrechens unterrichten. Und zwar mündlich oder schriftlich. In Topsail Beach, North Carolina, wird es Hurricanes per Verordnung verboten, die Stadtgrenze zu überqueren. Wir sind zurück aus der langen, langen Sommerpause. Alles renoviert hier. Alles renoviert, neues Intro, neues Logo, alles cool und neu und hoffentlich gefällt es euch. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das neue Design und alles gefällt. Oben könnt ihr hier auf dem letzten Video vor der Naturpause und hier zu diesem Video und die werden aber dann ab Donnerstag dann auch erreichbar sein. Unten könnt ihr abonnieren, wie ihr es kennt. Und hier in der Mitte könnt ihr auch. Ach und hier ist Only Strange Clouds. Danke, dass du hier was hast. Toll mitgemacht, danke für die schöne Mitarbeit. Hast gut gelesen oder ja. Und das war's jetzt. Und das war's jetzt und tschüss. Tschüss. Nächsten Sonntag kommt nächsten Sonntag wieder. Und lacht euch tot. Danke an die beiden Jungen von Pommels Fritz, dass ich dieses Video wieder dabei sein konnte. Ich sag dann ganz einfach mal Pommels Fritz abonnieren und mich auch und äh, ciao.